UNBEKANNTE, NICHT IDENTIFIZIERTE FLUGOBJECTE Es kommt extrem schnell herunter. Werden täglich weltweit gemeldet, von den USA über Russland bis nach China. Das ist ein Video, das von einem amerikanischen Forscher in der Türkei aufgenommen wurde. Manche glauben, dass es sich um ein UFO handelt und dass Außerirdische zu erkennen sind. Diese Nahaufnahmen zeigen angeblich zwei Schatten, die sich im Cockpit des Raumschiffes bewegen. Zwei Tage später wurde das Objekt in derselben Gegend erneut beobachtet, doch es sah anders aus. Nach weiteren zwei Tagen schien nur noch ein Pilot am Steuer zu sitzen. Welche Erklärung könnte es für diese Scheiben geben, die sich scheinbar über der Mondoberfläche bewegen? Oder für diesen großen Kubus, der ebenfalls auf dem Mond gesichtet wurde? Beide Objekte wurden vom britischen Videofilmer John Leonard Walson mit einem Spezialteleskop aufgenommen. Tausende ähnliche Fotos und Videos kursieren in der UFO-Community und sorgen für heiße Diskussionen. Dann Dann Vielen Dank.